Ich bin im Haus gesprochen, oh Gott. Aber ich glaube, die Map hat sich gerade nochmal resettet. Ja, springt ihr denn hier, Haupt? Ne, ich bin im Haus drin. Ja, springt. Ha, ich bin schon wieder am verhungern, weil ich das alles gar nicht gegessen habe. Ach, krass, ich habe das Ding aber noch in der Tasche. Hast du schon wieder eine rote Verbindung? Ja, bei mir wo? Bei mir nicht. Ich kann so viel sagen, dass ich auch gar mal verhungern will und gleich sterbe, aber... Wir haben hier schon zwei. Tun wir, bevor wir sterben. Warte, ich gehe nochmal auf die Straße und droppe das. Ich habe hier getroffen, wo ich bin. Oder ist Amelie du zwei und er zwei? Ja, das wollte ich. Genau. Ich kann auch vorschlagen, dass wir halber halber machen. Hm. Da liegt hier. Das geht zuerst. Ja. Ich schieße. Ja. Ja. Gott, ich muss mal dieses, dass es so verschwommen ist, ausschalten. Hä? Wie hält man das denn aus? Äh, indem man behindert ist, so wie ich. Äh, bei Renderring und dann... Aimed irgendwas. Wie sieht's denn aus, Leute? Was? Geht's weiter, oder was? Ja, ich komm, ich hab nur nur Soda gefunden. Rechne ich mir vor, ich komm mal genau. Verlassen euch, ne? Nee. Doch, der eine hier war das. Doch, ich war das. Okay. Ja, dann ab nach Cerno. Ähm, ja. So, hopp. Du bist hier rechts, ne? Von uns. Jo. Gut. Du hast auf einmal alles so grau. Äh, weil du wahrscheinlich sehr viel Blut verloren hast. Oder weil es ja sehr schlecht geht. Ach so. Aber wenn du, äh, auf Konfiguration, äh, Video, Rendering, und dann, das unter den HDR-Qualität, das Ding... Deaktivieren, oder was? Das Deaktivieren, dann musst du es weggehen. Immer noch alles grau. Weil ich seh wenigstens scharf. Hier ist ne Büchse. Ich nehm sie mit. Bist du in dem Haus, da drinnen, in dem Einzelnen? Ja. Okay. Da ist ne Dose zum Fisch. Ah ne, Dose ist verdient. Was halten hier? Ach hier. Komm, komm. Hier, wir brauchen die. Legs auf die Straße. Was ist das für ne Dose? Unfisch. Ach, nicht das Magazin. Ah cool, die droppt sogar gleich. Guter Sauber. Guter Sauber. Wo ist denn Matthias? Ich bin ein bisschen voraus. Du musst wieder was sehen. Ich guck nur grade über den Hygais rüber. Ja, ich sehe mich. Komm, Amelie, weiter los. Hörb, guck, setz dich ein bisschen abseits. Kommst dann nach. Mhm. Ne, ich bin schon. Wollen wir jetzt wirklich bis nach hinten nach Tschernow oder da drüben wäre eine Hochausbildung? Ne, hier ist doch gleich Tschernow. Ich hab doch schon die Kräne gesehen. Bei den Hochhäuser und das ist... Hörb, da ist die Straße gelaufen. Was? Dritten. Rücken an der Straße los mit mir. Überm Wasser. Wenn wir unter Wasser laufen würden, würde ich mir auch Gedanken machen. Kommt die an die Kreuzung oder ist gleich oder was? Ja, von dem Haus aus die abgehende Straße nach Tschernow. Da unten läuft mir lang. Was? Geht's gut? Ah, steht euch. Die da vorne sind doch schon die Kräne. Das seid ihr gar nicht, glaube ich. Wir wissen jetzt gleich bei so ein paar einzelnen Häusern. Das ist ja schon Tschernow, da geht's ja schon los. Das ist der Ortseingangsschild schon. Sicher nicht. Ich glaube, das ist ein Vorort noch von Tschernow. Es ist egal, ob das ein Vorort ist oder nicht. Hauptsache, ich nicht was zählt. Da ist doch Tschernow Gursk. Das schützt doch. Oder bin ich blöd? Nein, da steht ab. Okay, ich troch. Wartet mal gerade. Ich muss gerade einen über die Bahnkreise gelaufen. Der war nicht zu uns gehört. Ja, geht in die Häuser rein. Dann müssen wir mal hier ein Backup geben. Wo sind die Bahnkreise? Welche Bahnkreise? Ich muss doch über den Berg bevor, da bin ich bei euch. Seid ihr den Schott habe ich hergegangen? Ich bin nicht blöd gerade. Ah, hier ist das Tschernow Gursk. Siehst doch so hier. Seid ihr bei einer Scheune? Ich. Was? Äh. Wo bist du? Über die Brücke drüber. Wir sind nach dem Meer. Wir sind nach dem Meer. Ach, wir sind nach dem Meer. Na, hab ich doch gesagt. Ey, ich war gerade so drum mit beschäftigt, den Typ zu gucken, der vor mir hergelaufen ist. Warte, ich muss mal kurz hier was ändern. Weil hier gehen andere und User auf dem Channel dann wieder rein und raus. Der ist in dem Haus drin, oder? Ich bin im Haus. Okay. Okay. Bin gleich durch. Achso, das ist da vorne auch schon, Tschernow. Welcher Haus war die denn? Amelie ist in dem grünen ersten Haus. Seid ihr und von was? Ich geh jetzt in das Holzhaus rein. Warte, ist jemand drinne? Nein. Ey, von euch mit der roten Kappe. Ich du das. Was machst du denn? Was heißt denn, you are unconscious? Was? Ey. Ich du das denn. Da steht schon und da steht hier unconscious? Ja. Dann bist du bewusstlos. Ja. Dann bist du bewusstlos. Ja. Ja. Das ist jetzt scheiße. Was machst du denn du Herbert? Da. Das ist Amelie auf der Treppe. Unkannschers. Ja, wir können aber jetzt nichts dagegen tun. Wir haben ja keinen Defrupillator. Wir haben ja keinen Defrupillator. Wann sterbe ich? Zähl dich. Ich hab. Matthias hat einen Einsteigen. Sehr gut. Sehr gut. Ich will ich nur mal sagen. Normalerweise, wenn man bewusst ist, ist man kein Defrupillator. Das ist schon wieder irgendwie so ein bisschen unlob. Ja, aber wenn du tot bist, funktioniert der ja nicht. Seid doch froh. Das ist deine letzte Chance. Müsste ich nur mal dosen, oder? Amelie? Na? Wie ist denn aber da? Immer noch einen schwarzen Bildschirm. An der Schrift. Aber da steht nicht, you are dead, oder? You are und kommt und was auch immer. Ich hab grad, äh... Erfolgreich defibrilliert. Komm mal noch ein Tor. Und du? Lock dich mal aus. Ey, dann könnte sie komplett sterben. Wenn sie diese Mission abbrechen, kehren sie in die Lobby zurück. Sind sie sicher? Warte mal kurz. Sicher? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ja, und dann steht der Neustart. Rebenten Currant Correct and create Neurons. Ich nehme mal kurz die Munition rüber. Amelie, du hattest doch was zu essen dabei. Ihr wollt's ja grad aufmachen. Gut. Das Visier haben wir auch, hä? Okay, dann lock dich mal raus und wieder ein. Und jetzt einfach wieder zurückkommen. Am Surfer. Immer Glück haben. Lebst du. Weil das mit dem gefesselt sterben hat letztes Mal auch nicht funktioniert. Obwohl das eigentlich... Ich bin irgendwo und nirgendwo. Wo bist du denn? Wasser. Na, was siehst du denn? Wald. Und das Wasser ist nicht wirklich... Wenn ich rüber gucke über das Wasser, ist da ne Insel oder Land, oder was auch immer, wie man das nennen mag. Ist da ein Leuchtturm? Nein. Da ist Wald. Hier ist überall Wald. Ist da ein versunkenes Schiff? Halbversunkenes Schiff? Ja. Okay, dann weiß ich wo du bist. Und das ist ganz weit weg. Da können wir jetzt bloß eins machen. Du rennst jetzt einfach am Strand bis hier auf... Also du rennst jetzt einfach den Strand lang. Welche Richtung? Äh... Wasser auf der linken Seite. Herbert. Herbert komm bei mich. Ich hab hier Dings getroppt. Äh... Bin ich jetzt auf der Insel wo das Schiff ist, oder auf der anderen Seite? Ne, du bist schon auf der Hauptinsel. Hier wo ich stehe. Also nicht da wo das Schiff dran ist. Nein. Warte mal, ich geht euch. Erst das auch mal kurz. Du hast dir Spieler gesehen. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ne, der ist Richtung Dingsgelau. Von uns weg. Da müssen wir in die Häuser rein. Da gibt's mehr Zeug. Da müssen wir aber echt aufpassen jetzt hier. Da müssen wir mehr Kontakt haben. Du guck dich ja, du guck dich. Da oben an der Truffel kriegt die Haare, kriegt die an. Ja. Mit der Mosin brauchst du bloß einen Schuss, wenn du so Oberkörper freiläufst, ein Bauchtreffer reicht, bis du dort. Oder beziehungsweise blutest du innerhalb von 1-2 Sekunden aus. Ne, lass hier links gehen. Da in der Ruin ist ja nichts wirkliches. Ne, hier müssen wir links. Was ist denn das hier aus, Mönke, beide? Ja, links die Bude, die große. Die Schule oder was es ist. Ja, das ist ein Kakenhaus oder so. Hier ist ein Zombie links. Mach den mal mit der Axt platt. Muss ich aber nicht rumballern. Ah, da ist der Zombie. Ja, aber der, der... Ah, jetzt. Warte mal. Dann gehen wir mal in die Axt rücken. Pass auf, dass ihr euch nicht gegenseitig hackt. Das werden nicht die letzten Zombies bleiben. Ich denke mal, lassen wir die Axt draußen. Ja, wohl einer nicht. Ich lasse meine Waffe draußen. Mhm. Lass hier links gehen. Da vorne links in das Gebäude. Da sind wir... schön looten und drin. Da kommt man schon Platz. Da kommt's. Da kommt's. Ja. Da kommt's. Da kommt's. Der Axt schlagen ich mal an, oder? Hä? Axt wird's immer anders schießen. was in vorderung gehen und sommer hier hier ist ein kleines dorf egal, weiter, nur weiter rennen ähm, was auch immer, ich kann es nicht blühen ne, ich geh schon mal nach oben, verstehe ich auch Akne, wir sind im großen Gebäude, gell? ja, ich komme wer schießt? ich schieße nicht, ich habe ihn wieder angeklopft ja müsst euch mal angewählen, wenn die Türen hinter euch sitzen machen wir da bitte bitte es ist com uns die ch сум we